Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mega Man 7. Ich habe eine Idee, wie wir einen vielleicht fertig machen, weil ich schon gesehen habe, dass mehrere letzte Player dann gescheitert sind. Also erst werden wir ihn mit 1 betäumen und dann durch den Elektroschock, wie wir gerade schon nichts gesehen haben. Jo, drücke ich wohl den falschen Knopf. Äh, ja, äh, da kommen die blöden Kugeln, die. Genau, diese Kugeln. Ah, fällt mir aber einfach durch, nicht kurz. So. Ah. Ich habe so schlimm. Aber ich habe so ein ganzes Level, ey. Guck mal, ey, ich habe einen Oma-Glo. Ja, wir sind hier im Arsch. So. Heute läuft ja auch gar nichts, irgendwie. Nee, 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 wo bist du? Hä? Komm. Du brauchst gar nicht so doof dran lachen. Ich kriege es in die Lachen. Ja, ich sag mal noch. So. Auf jeden Fall. Geh, will ich jetzt nicht mehr so. Ja. 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 Wie viel ziehen wir jetzt eigentlich ab? Boah. Oh, fast gar nichts. Oh, ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh. Oh, falle. Und wie ist es jetzt? Der kommt wohl schon wieder nach oben hin. So. Jetzt ist er ein ganzes Fix. Gut. Ach, warum suche ich den Falsch? Ich glaube, das ist einfach nicht mein Tag. So. Ich weiß nicht, wie lange sie noch machen wollen. Aber so kommen wir zumindest voran. Zwar nicht viel und zwar nicht gut. Aber immerhin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange sie sich ervorkommen hat. Ach. So. Ich hab grad nichts sagen. Ihr habt Wenn ich nochmal unten kommen Schade Oh oh Puh Von der beschissen Attacke haben wir natürlich angegriffen, ne? Ah, was ist das? Falscher Attacke, so. Ach, lecker mich doch mal. Was kann ich eigentlich? Wo bist du jetzt? Komm! Ich bin doch umbescheißer, dann komme ich nicht an den Dramm. Komm, unten wäre doch gut. Unten, hab ich gesagt. Whatever. Komm, du Penis. Wie ich ihn hasse. Wie ich ihn hasse. Zumindest ist der Kack nicht gut. Nein, das ist nicht. Warum kann ich nicht so ein riesen Eisberg so in die Tarnik hinschicken? Nein! Ha. Ja. Und es hat geklappt. Nein, komm wieder nach oben mit. So. Nein! Damn! Komm! So. Diesmal nicht zu früh. Das war knappe Kacke. Entschuldigung. Ich hoffe, dass ich mich so anhöre, aber irgendwie hat's mich erwischt. Also, wir spielen Let's Play Quack. Okay, passt ja. Oh. Vielleicht ist das besser. Ah, versteh's nicht. So. Ich komm einmal hin. Zweimal hin. Und dann springe ich hoch. Also, wenn ich so mache. Einmal. Zweimal. Das geht natürlich auch nicht. Wenn ich so mache einfach. Das ist schon besser. Andere Position. Ah. Das Schlimmste ist ja eigentlich das Feuer da, finde ich. Komm weiter unten. Los, komm mal unten. Muschi! So. Los, brav. Ah. Ja, das sieht doch schon schön aus, finde ich. So, wo bist du? Wo bist du? Ja, fein. Ist das nicht schön? Wenn das die ganze Zeit so weitergeht. Also, das wäre immer die ganze Zeit ungelass. Wir schaffen das locker. Wie gesagt, wir schaffen das locker. Boah, ich freu mich den Ast ab, wenn ich das jetzt schaffe, ey. Ich habe keinen Bock auf einen Weitagswitz. Weil dieses Spiel einfach nur... Buah! Das ist Megaman, hallo. Viele Minuten bleiben uns eigentlich noch. Habe ich eigentlich Wecker gestellt? Ja, das habe ich sieben Minuten. Ich bin so cool, Alter. Ich habe mir keine Stille. Ich bin natürlich von der einfachsten Attacke getroffen, ne? Oh. Ja, das war ja geil. Scheiße! Geil! Das war knapp. Ja! Ich würde sagen, wir kommen in der Hölle. Ich habe einfach zu viel gespeichert. Mal wieder! Nein! Komm! So! So! Jetzt werden wir ein bisschen hier oben. Oh nein! Was ist jetzt? Willi! So, Willi! Wie wäre es mit deinen Gnadenstörungs? Aber ich würde sagen... Ich habe Schnupfen! Oder eine Erkältung! Und du... Du... Hast mich fast gedrückt! Ich würde sagen... Zwei Schläge noch... Sagen wir... Eins! Das war gemein! Das... Das... Ne! Das finde ich... So! Das finde ich gar nicht gut! Das ist so wie Endstill mit Penis. Also mit Penisstill. So! Nein! Verdammt! Oh! Das ist ganz anders! Ist das geil! Ist das geil! Ist das geil! Wir haben ihn! So! Jungs und Mädels! Es kommt doch Lost Shock! Yes! Ekelig Faktor. Puh, 10. Wir haben ihn. Ich will ihn töten. Ich will ihn in den Kopfschuss geben. Darauf trinken wir an. Okay, give up. Sorry about all the trouble. Und ein bisschen Rattengift tut ja immer gut, ne? Okay, I don't trust you, baby. Really? I gotta do what I should have done years ago. Well, I should be the dishes. You forget Mega Man, Robots, cannot harm humans. And I tell it. I am more than a robot. Die, will you? Stop. Okay. Yes. Er wird von selber erledigt. Das ist schon mal gut. Bam, 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 bam. Jetzt wird dieser Trommelwild jetzt. Ja super, jetzt kommt noch Bass. Ne, wie ist der Bass? Toilette Mega Man. Bla, 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 bla. Hushal, gut, höher. Jo, jo, tschüss. Alles jetzt kaputt. Und dieses episches Ende. Und dieses episches Ende. Wir gehen einfach und wir werden jeden schlechten Actionfilm. Es wird hinterherum die ganze Festung anbrennen. Unter uns sind Walks. Ja. Im Ami-Land heißt er auch Walkman. Deswegen, ja. Deswegen, ja. Da war unser Freeze Man. Der Penis unter uns. Hallo, Freeze Man. Und ja, bla, bla. Und hier war Junk Man. Der Junkie unter uns. Der gerne Müllteile raucht. Ja, ja. Und natürlich kommt Burst Man. Der einfach nur Burst ist. Und ja, dann kommt dies und das. Dann kommt der Wolkenmann. Also Cloud Man. Der einfach nur seinen Fehler umhört. Weil er höflich ist. Ja, Spezialdesigner. Alle so scheiß komische Japanesen, ey. Ja, ja. Kannst du auch so nicht trauen, dass die Japanesen. So, dann kommt hier Sprookman. Weil er einfach nur eine... Zehnenlocker hat. Ja, ja. Und... Und... Slashman. Der verpiste... Wolmobilverstand. Und immer noch das gleiche Bild. Wir laufen und kommen eigentlich nie weiter. Jetzt kommt Shade Man. Der Twilight-Pesser. Ist auch egal. Und wir laufen immer noch weiter und kommen trotzdem nicht weiter. Und hier kommt... Turbo Man. Das Auto, was... Die Foto machen. Und hier ist natürlich Buzz and Traveler. Ein Kammkro... Ein Kammkro... Ein Kammkro... Ein Kammkro... Ein Kammkro... Ein Kammkro... Was ist das? Ich bin schockiert. Wie süß. Und wir haben es geschafft. Ein Erinnerungsfoto für ein so kacktes Spiel. Wir haben das Spiel durchgespielt für dieses blöde Erinnerungsfoto. Dieses blöde Schwarz-Weiß-Foto. Nee, das kann nicht wahr sein. Oh, ich bin froh, ich es zu Ende habe, ey. Also, tschüss. Bis zum nächsten Letztend. Euer Quenker.